Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie der Einzug mit dem Interior Designer läuft? Genau dabei nehmen wir euch heute mit. Wer bin ich eigentlich? Ich bin Monika, studierte Innenarchitektin, mein Team und ich habe in der Vergangenheit über 500 Einrichtungskonzepte unserer Kunden umgesetzt und meine Erfahrungen und mein Wissen teile ich mit euch hier auf diesem Kanal. Endlich ist es soweit. Wir nehmen euch heute mit zu einem Projekt, das eine sehr, sehr lange Bauzeit hatte und wirklich sehr, sehr besonders ist. Und deswegen nehmen wir euch heute mit und zeigen euch mal im Vlog-Style, was da alles passiert beim Einzug. Hallo! Hallo! Schleißt du mir hinterher? Vielleicht ein kleines bisschen. Hast du Hilfe? Frau Bippen, was tun wir hier? Wir tun so, als hätten wir einen Überblick. Ich habe mit meinen röntgen Augen in die Schatten reingekommen. Aber was ist das alles? Das ist alles tatsächlich Dekoration. Okay. Schien es ein bisschen wenig aus, aber reicht das für ein ganzes Haus? Das ist natürlich nicht alles in der Hälfte. Ich habe das, was ich den Begrüßen aus. Ich habe das, was ich mir jinbeiß. Das ist einfach aus. Ich habe das, was ich mich nicht zum Abwunsch. Vielen Dank. wie ihr seht war da ganz schön was los und manchmal ist es so gerade gegen ende hin ja jeder hat noch so seine bits and pieces einen kleinen teil und dann wird es gerne einfach mal voll und wuselig und manche dinge laufen dann vielleicht auch nicht immer ganz nach plan aber so ist das einfach auf der baustelle wie ist die lage geht voran wir starten die ersten sachen die man sehen kann eine große große teppichrolle so 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 Kurz das Interview, wie ist die Lage, Florin. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Ein weiteres Zwischenfazit. Ich war zu kurz aufgeregt. Ja, Fure 1 ist quasi erledigt, Fure 2 kommt gleich an eine zweite LKW-Ladung. Und bis dahin werden wir ein bisschen Deko ausladen. Deko für? Alles. Für noch nicht. Für noch nicht. Dafür auch noch so ein paar Möbelchen. Die Hälfte der Couch ist sehr süß. Die Hälfte der Couch ist sehr süß. Was denkst du, wenn du jetzt ein paar Monate später all diese Aufnahmen so siehst? Tag 1 ist immer so der Kraftakt. Da kommen die ganzen großen Sachen, die schweren Möbel, alles wird ausgepackt. Das ist wahnsinnig viel. In dem Fall waren es über zwei LKWs voll mit neuen Möbeln. Anstrengend, aber man sieht einfach wahnsinnig schnell wahnsinnig viel. Guten Morgen, Moni. Guten Morgen. Tag 2. Genau. Wir sind mittlerweile schon bei der einfache und kleinere Sachen angekommen bei dem Bett, Tischwäsche, Geschirr, Besteck. Wir gucken mal zusammen. Sehr schön. Passiert. Hallo. Hi. Statusbericht. Statusbericht. Erster Tag geschafft. Zweiter Tag Deko und alles schön machen. Sehr schön. Es ist nicht wunderschön, dieser Kamin, an dem Kamin zu sitzen. Es ist schön warm, das Feuer brasselt. Der ist von beiden Seiten einsehbar. Der Rest ist leider noch nicht fertig. Die Elektrik ist noch nicht mal nahezu da, wo sie hin soll. Die ganze KNX-Anlage muss noch programmiert werden. Und im Bad fehlt auch noch die ein oder andere Haare, die ein oder andere Armatur. Ja. Zeit ist gut. Tag 2. Mitte Tag 2. Ich würde sagen. 90% sind wir eigentlich schon relativ da, wo wir hin wollen. Aber überall fehlen noch Sachen. Man kann es schon erahnen. Oder ich glaube man kann es schon als gut sehen haben. Ja. Die Bilder kommen. Die Bilder kommen. Das ist perfekt. Perfekt. Das kommt genau richtig. Okay. die Bilder schrauben, sie sind ja nicht schwierig. Und jetzt gehen wir das mal an. Bis die Bilder aus dem Bildschirrchen geschehen, die Kinder schrieven, die ein Date eingenommen werden kann. Die Bilder sexualisieren. Die Bilder aus dem Bildschirrchen. Die Bilder mit einem Bildschirrchen. Und das ist die Bilder. tag 2 es ist sehr viel passiert und es ist immer der schönste moment zumindest für uns planer wenn das was wir uns sozusagen unserem kopf vorgestellt haben zum leben erweckt und wir können quasi so den feinschliff mit der dekoration das schöne geschirr die tischwäsche die bettwäsche alles hin dekorieren ja das ist eigentlich so fast mitunter der schönste moment in unserem berufsleben würde ich sagen und ich glaube wir sind alle sehr froh und dankbar und insbesondere dankbar dass es unserem kunden zu gefallen hat wir gesehen habt das ein oder andere teil fehlt noch das heißt für uns ist dann noch ein bisschen arbeit drin aber nichtsdestotrotz die haustour haben wir auch schon für euch im kasten wie das ganze wirklich final geworden ist und einen kleinen sneak peek da kommt ihr auch für das fertige ergebnis nicht verpassen abo dalassen das hat sich sogar geräumt schön dass sie mit bis zum ende gekommen seid mit unserem blog style dass sie den umzug miterlebt habt im anschluss gibt es noch mehr blogs für euch zum anschauen und ich freue mich auf das nächste für euch bis bald